Bequeme Auswahl von Dateien per Checkbox Wenn Sie im Windows Explorer aus einer Liste von mehreren Dateien nur bestimmte Elemente markieren möchten, ist dies meist gar nicht so einfach. Wäre es nicht bequemer, die Dateien in einer Checkbox auswählen zu können? In Windows 7 können Sie Dateien tatsächlich mit Kontrollkästchen versehen. Wir zeigen Ihnen wie. Klicken Sie auf den Befehl Organisieren und wählen Sie den Eintrag Ordner und Suchoptionen. Wechseln Sie nun zum Register Ansicht und scrollen Sie nach unten. Aktivieren Sie die Option Kontrollkästchen zur Auswahl von Elementen verwenden und bestätigen Sie dies mit OK. So, ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Dateien mit einem Klick auf das Kontrollkästchen vor einem Dateinamen auszuwählen. Wollen Sie bestimmte Dateien ausschließen, deaktivieren Sie einfach das Kästchen neben der entsprechenden Datei. Wenn die gewünschten Dateien markiert sind, können Sie sie beispielsweise kopieren oder via E-Mail versenden. zuumen, den zum nächsten Mal nehmen Sie zu können. Untertitelung des ZDF, 2020